Du brauchst eine bessere Position. Nee. Ei, 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 ei. Na komm. Oh, kritisch getroffen ist das nicht schön. Du, 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 und ab Feuer 99% immer noch nicht? Der, wie hat der denn bitte? Was ist das? Schlimm lösen, ich überhalten bitte. Den würgen wir so lange, bis er keine Lust mehr hat. Ich heile mich. Ziel, Waffe gesichtet. Glück gehabt. Keine Munition mehr übrig. Ach so. Äh, dann nachladen. Waffe bereit. Tschüss. Noch ein Feind weniger. Ja, Mensch, ey. Oh, Leute. Die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Müsste eigentlich, ne? Ist halt um. Ach komm, wir machen die Mission noch zu Ende. Die Mission machen wir noch zu Ende. Ich muss nur gucken, wie ich das jetzt hier hinkriege. Du musst da hin. Da bitte in Deckung bleiben. Müsste eigentlich, wie ich das jetzt hier hinkriege. Hm. Rein ins Vergnügen. Schwer, 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 schwer. Okay, wenigstens, wenigstens ein Trefferpunkt. Vergiss es. Den kriege ich so nicht. Nein. Ah, fuck. Das war richtig dumm. Das war dumm. Das war's für deinen. Ah. Shit. Einmal einen kleinen Fehler gemacht. Decke die Flanken. Wie viele sollen denn das noch wären, ne? Nein. Die Patronen sind alle. Lade nach. Oh, es ist nichts zu fallen. Das war's für den. Aber den. Kritisch. Ja, aber kritisch. Finde ich auch. Bin unterwegs. Gib mir Deckung. Da würde ich nicht hingehen. Na, lass kommen. Yes. Nimm das. Schutz. Ah, fuck ey. Bin verwundet. Ich komm klar. Hm. 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 Bin ich nicht so begeistert. Du kannst das nicht weg. Schon unterwegs. Hm. Ja, so. Mein Geist ist sterben. Ja. Rüstungsabpraller. Nicht auf die Rüstung schießen. So. Hey, was soll ich sonst schießen? Das ist ja die Frage, ne? Hm. Worauf soll ich sonst schießen? Ah, fuck. Meilenweit daneben. Das Ding ist fast leer. Was ist das? Bringen Sie sich in Sicherheit. Schnell. Schnell. Das schmerzt. Ja, das tut ein bisschen weh. Bleib bei uns. Ach, scheiße. Ist jetzt aus dem Tor graus? Sch-sch-sch-sch. Hm, nee. Bleib mal da. Sehr gut. Visiere das Ziel an. Okay. So. Mit ins Netzwerk. Schläfst ein bisschen. Oh. Treffen dich mal ein bisschen kritisch. Ja, ja. Das ist immer das Problem. Bin unterwegs. So. Du wirst schon mal evakuiert. Da haben wir ein Problem weniger. Nein, nicht da hin. Boah, das hasse ich ja, ne? So gut wie jede andere Position. Ich bin mir da nicht so sicher, ne? Hab meine Waffe gefüttert. Muss ich irgendwann heilen? Ja, mich selbst, ne? Mich selbst wäre nicht schlecht. Achso, dieser Terminal muss ich heilen, ja. Ja. Du stehst ab sofort auf meiner Liste. Ja. Konzentrier dich. Du bist noch am Leben. Beseitige das Ziel. Okay, das nächste Mal muss ich einfach schneller da hin. Greif für das Ziel an. Feind hat nicht getroffen. Torak. Bist grad so frisch. Hm. 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 Na komm. Kaum noch Munition. Ja. Komm schon, bitte. Schützöhn. Remnen auf dem Weg. Das hab ich gebraucht. Yes. Habt ihr das gesehen? Na, wir sind so gut. Positioniere mich neu. Ja, ich muss leider. Gebt mir Deckung, während ich nachlade. Nachgeladen. Was? Killed. Ich gebe euch Deckung. Oh. Kein Treffer. Nicht mehr viel Munition. Ja, aber dafür springen wir jetzt bitte weg. Raus hier. Nächstes Mal ziele ich auf die Weichenteile. Hm. Besser wäre es. Ihr Panzer. Sieht nicht gut aus. Unterwegs. Oh Gott, ey. Netter Versuch. Penner. Gehe dort, wo ich gebraucht werde. Genau. In die Evakuierungszone. Das hat doch noch mal länger gedauert, als ich dachte. Montage abgeschlossen. Verbesserte Rüstung. Ausblatt Hood hat die Ausbildung abgeschlossen. Oh. 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 Der Sender verbundene Treppe behauptet. Befände es überall. Und in City 31 produziert wurde, ohne Beweise dafür anzuführen. Die Behauptung, dass NextGen hinter der Krankheit steckt, überzeugt derweil viele Mitbürger. Alles, was Sie sagen, ergibt Sinn. Da die Gentherapie-Kliniken geschlossen sind, sind wir so gut wie tot. NextGen leugnet die Anschuldigungen und fordert die Betroffenen auf, sich dringend medizinische Hilfe zu suchen. Plötzliche Gewichtsabnahme, Durst, Appetitlosigkeit. Je eher Sie sich behandeln lassen, desto besser. Was? Ein Bericht von Ziel-Judash für Kanal 7 und 3. Ausrüstungsverbesserung endlich. Zwei TP mehr und ein Ausrüstungsplatz. Mega nice. Sprengladen. Ich bräuchte echt mal eine ordentliche Granate, ne? Aber die habe ich gerade nicht. Aber das hier wird auf jeden Fall gekauft. Auch wenn nur unser ganzes Geld rausgeht. Und wir haben eine Beförderung. Nice. Toxisch-Jok-U ist Torx, spuckt Gift an auf das Ziel. Richtig gollumat. So, und... Nee. Ausbildung wollte ich. Belastbarkeit. Wer hat die Narbe geschwächtet, die P-Einheiten? Yes. Modularwaffen kommen. Tätige Einheiten, ja. Die Ausrüstungsgegenstände habe ich schon ausgemacht. Habe ich gekauft, auf jeden Fall. Was wollte ich Ihnen jetzt? Waffenkammer. Ja, plus zwei. Da ist es schon. Die verbesserte Körperpanzerung. Haben wir geschafft. Also schon mal mehr TP. Toxischer Gruß. Der Feind bleibt zwei Runden lang vergiftet. Mega geil. Aber hier geht's richtig ab. Da brennt die Hütte. So, warum leuchtet das hier? Also irgendwie ist da noch ein bisschen... Es sind ein paar Bugs hier. So, Unruhe im Nö. Mitfall gelehnt gesucht wurde, ignoriert und die Unruhe ist um zwei gestiegen. Ja, Verräter wurde abgeschlossen und die Unruhe im zwei gesenkt. Okay. Ja. In einer können wir dann die hier machen. Die Hauptmission. Aber ansonsten... Was gibt's hier? Plündermarkt funktioniert wie die XCOM-Versorgung. Angebotene Gegenstände sieht auch seltener und stärker. Der Markt ist nur einmal am Tag zugänglich und auch nur dann, wenn der Einsatz mit einem Plündermarkt abgeschlossen ist. So, hm. Wir haben den Plündermarkt freigeschaltet. Sehr gut. Es ist schlimmer als wir dachten. Die heilige Spirale brütet einen neuen Stamm chrysaliden aus. Das Bucktown-Massaker vor fünf Jahren hat tausende das Leben gekostet. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Geschichte wiederholt. Die Dinger. So, das heißt aber jetzt... Die alte Welt ist beinahe wiederhergestellt. Eine Welt, die euch schwach sehen will. Sie wird euer Potenzial unterdrücken. Euch runterziehen. Euch mit Lügen ersticken, bis ihr die Wahrheit nicht mehr sehen könnt. Aber wir können euch aus dieser Tiefe herausführen. Ein Weg hinfort von der Tyrannei der menschlichen Herrschaft. Alles, was ihr tun müsst, ist zu klettern. Passt euch nicht an. Ändert euch nicht. Klettern wegen der Treppe. Ab jetzt wandelt ihr auf der verbundenen Treppe. Ja gut, das können wir hier als nächstes machen. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Wenn ich dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und mich würde es wahnsinnig freuen, wenn du einen Like und ein Abo dalassen würdest. Bei dem Video, das hilft mir auf jeden Fall weiter. Ansonsten kannst du gerne auch bei Twitch mal vorbeigucken, wenn wir streamen. Oder auf Twitter, Instagram, TikTok, was weiß ich. Da lade ich auch gerne mal was auch hoch. Aber hier, der Abo oder ein Like hilft mir schon mal mega dafür. Vielen Dank. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Dein Floma. Bis dann. Tschüss.